Moin Leute, heute mal wieder ein weiteres 3 vs 3 gegen die KI in Schlachtelmitte der 2 Aufstieg des Hexenkönigs mit der Edain Mod. Und zwar spielen Pascal auf Rohan und Fanari aka Alina auf Lord Lorien und ich auf Isengard gegen zwei Brutale und eine schwere KI auf zufällig. Drei Brutale wäre vielleicht doch etwas heftig, ne? Also eine schwere muss es dann richten. Mal sehen wie das läuft. Also hoffe ich es wird euch gefallen und viel Spaß. Ich würde sagen, dass mir Isengard von der Musik mit am besten gefällt. Ich mag Rohan gerade sehr mit der Musik. So, Sägewerk. Nein, 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 nein. Da wollte ich auch ein Sägewerk haben. Boah, hab ich das hasse, wenn man sich am Anfang verklickt. Was? Voll? Wo? Weg. In dieser Grube züchten wir Uruk. Wir greifen an. Bald. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Okay, vielleicht soll ich nicht hier in der Uruk-Grube anfangen. Macht eure Waffen bereit. Aufwachen. Ihr vorab die Dueln dann dazu nutzen. Macht eure Waffen bereit. Vorwärts. Vor allem schon. Ich habe das verte Gebäude gebaut. Ich muss das andere Gebäude bauen. Mal gespannt, was hier so abgeht. Gondor. Gondor. Wieder mal. Macht euch Kampf bereit. Immer Gondor. Weiter, weiter. Soldaten Gondors. Das neue Gebäude ist fertig. Er schießt sich einfach ab. Los. Piu, 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 piu. Hehehe. Nicht zurückfallen. Nicht zurückfallen. Schneller. So. Fahren wir nochmal unsere Org-Sperr. Uruk-Kai natürlich. Entschuldigung. Das sind ja keine Org-Marden. Das sind ja Uruk-Kai. Da ist noch ein Feind. Zwerge haben wir auch als Feinde. Hehehe. Oh Gott. Ich muss noch einen Vor-Posten, also einen Außen-Posten übersehen? So ein Siedlungsstück? Ne, das ist nur da hinten. Noch eins, okay. Macht euch kampfbereit. Ich schrieg langsam Hunger. Ich baue schon mal voll, es war ein Waag-Außen-Posten oder zwei. Macht eure Waffen bereit. Schneller. Und der letzte Trop von denen gleich. Macht euch kampfbereit. Habe ich meine Jäger schon mal. Also irgendwie schaffen die am Leben zu halten. Dann kriege ich nämlich ziemlich starke Boni. Wir haben den Markt-Vorposten gebaut. Vorwärts! Weiter! Weiter! Hö, denn Trolle. Oh nein, nicht den Höhlen-Trop. Oh, ist das so doof. Schießt ihn ab. Wir werden uns fertig aufwachen. Ich glaube, ich reiche denn weiter. Nicht zurückfallen. Ich krieg langsam Hunger. Ist das der Feind? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Noch ein Gondor. Wir haben zwei Gondor als Gehirn. Bereit! Bereit! Nicht zurückfallen! Aufwachen! Ich krieg langsam Hunger. Sind Sie das? Ist das der Feind? Ah, da sind die Runenzeugen. Soldaten, die diesen... Dings beschützen. Na, ich versuche einfach da ein... ...Sägewerk zu bauen. Ich krieg langsam Hunger! So, mehr Einheiten. Aufwachen! Wir treffen an! Bald! So, komm, mach den Fortkapuz und spawnen gleich noch einen Troll. Zerstör es! Das neue Gebäude ist fertig! Die Dunländer haben sich uns angeschlossen. So, ist schon irgendwer tot? Ne, nö. Gut. Dann hab ich's ja doch überlebt, einmal kurz wegzugehen. Ja, werden wir gleich sehen. Ach, das zweite Bombardment hier von Bonschus. Das kann doch nicht sein. Hahaha! Kämpfen wir! Aufwachen! Okay, halt die Dunländer. Sie greifen die Schmiede! Macht euch Kampfbereit! Bringt sie nieder! Wir greifen an! Bei! Macht euch Kampfbereit! Exitblenden Lager. Wir greifen an! Weit! Macht eure Waffen bereit! Vorwärts! Nicht zurückfallen! Oh, das ist eine große Menge an Gondors. Ja, bei mir hier oben auch. Unsere Sägewerke werden angekissen. Macht euch Kampfbereit! Fällt ihn! Vorwärts! Nicht zurückfallen! Meine Fresse! Sie werden uns fürchten! Ich krieg langsam Hunger! Wir sind mit des von Feinden! Macht euch bereit! Wir greifen an! Bald! Die sind immer noch Stufe 1. Robert! Macht eure Waffen bereit! Ich krieg langsam Hunger! Urux! Die Bilvis-Menschen aus Dunland sind hier! Ah! Sie kommen von überall! Aufwachen! Macht eure Waffen bereit! Kommen aus den Globen! Macht euch Kampfbereit! Ich krieg langsam Hunger! Der Feil greift uns ein! Ja, warum könnt ihr die nicht einsetzen, die Jagdpfeile? Sie werden euch fürchten! So! Los wohl ich gar nicht! Heilfähigkeit ist da! Also, falls ihr bessere Truppen habt und die geheilt werden müssen, sind die jetzt! Ich bin leider zurückgedrängt von den verkosten Clusters! Natürlich haben sie schon Aragorn! So eine Qual mit Bauern gegen sowas zu glänzen! Wir haben langsam Hunger! Wir werden angegriffen! Keinen am Leben! Wir kommen an! Bald! Piu-Piu! Ich hab' eine Idee! Mal gucken, ob das funktioniert! Es sollte die Einheiten von dir eigentlich ein bisschen büsten! Oh! Oh! Ist er tot? War das wirklich funktionierend? Ja! Ja, Aragorn war auch nur level 1, der war noch nicht so gefährlich! Geil! Die Zwerge haben so einen Tunnel vor meinen, so einen Minenschaft vor meine Tür gesetzt und der Troll, der Troll, den ich fast getötet hatte, der hat sich gesagt, okay, den mach' ich platt! Okay! Finde ich gut! Ich hab' zu meiner Basisfight in dem Problem ja schon zu viele Helden! Wir greifen an! Weit! Lass meine armen Uruks in Ruhe, die blöden Reiter! Wir greifen an! Weit! Schneller! Weiter! Weiter! Oh, aber die leben alle noch! Was? Bereit! Wir haben die Belagerungswerke erweitert! Wir haben die Uruks in Ruhe verkäuert! Wir haben die Uruks in Ruhe verkäuert! Dann machen wir mal so ein paar von denen! Dann machen wir mal so ein paar von denen! Scheinbar brauchen wir ja mehr Speere! Das ist jetzt weiter auch mal da! So, meine Uruks können das noch ein bisschen heilen! Macht euch kampfbereit! Bewegung! Wir wären dann fertig! Erschlag sie alle! Macht mal Piu-Piu auf die Zwerge! Piu-Piu-Piu! Äh, jetzt haben sie schon aufgerüstete, also schwere Rüstungen und sowas! Wir ziehen in den Krieg! So, noch mehr von euch! Wir werden über das Land herrschen! Die Dunländer haben sich uns angeschlossen! Aber so viele... Eben! Ich mach dir mal so ein... Wart-Boost-Feld vor die Nase! Ja, so Bauern zu wussten bringt halt nicht so viel! Ja! Macht euch bereit! Aufwachen! Macht eure Waffen bereit! Wir greifen an! Oh, Stufe 1! Die Level auch einfach nicht! Die töten ja einfach nix! Vorwärts! Na, endlich! Jetzt geh ich mal ein bisschen Ressourcen her! So, Leute! Ob das jetzt funktioniert? Ja, das! So, wir bauen mal ein paar Rahmen! Jetzt gib mir mal das beides! Und dann hätte ich jetzt gern mal... Sie werden uns fürchten! Da waren zwei! Oh, es pikst sie tot! Oh, die ersten Katapulte! Okay, gegen die Katapulte brauche ich auf jeden Fall Hilfe! Wenn die von aufgerüsteten Truppen beschützt werden! Oh, das ist doch egal! Okay, Katapulte, was? Oh, mein Gott! Zwei Bombardment Spells von Gondor hier bombardiert werden! Is auch noch so ein Gondalf! Das ist ja noch so ein Gondalf! ob die da jetzt ja wenn ich die katapulte nicht kaputt kriege dann passt es ja macht euch kampfbereit ziehen in den krieg in der annung ist mein trupp helfen können aber immerhin sollte er das killen können das katapult ich habe auch eben alles hingeschickt wir haben mit gandalf beschworen fangen alle an ballisten zu bauen ja so viel zu dem katapult so leute rüstung ist nicht rüstung ist nicht ihr sollt ihr nicht weg rennen ihr sollt hier produktiven mitarbeiten so leute wir werden über das land herrschen jetzt auch noch kavallerie ich habe jetzt mal am papa ballisten besorgt wir werden über das land herrschen es hilft nicht viel bei theoden aber es wird jetzt arschig wir werden über das land herrschen das war ein fricking aragorn davon habe ich auch schon drei in meiner base getötet ich mag meine ballisten hier gibt es immer arbeit hier gibt es immer arbeit hier gibt es immer arbeit hier wird nicht gefaulen ich glaube deine ballisten machen flächen schaden ja zerstören meine base ja ich schalte mal automatisches automatisches feuern aus macht euch kampfbereit nicht zurückfallen bewegung ich krieg langsam hunger wird dieser held jetzt endlich mal sterben verdammte axt ja danke müsst euch nicht von den adlern killen leute dafür wart ihr zu teuer echt jetzt das noch mehr noch mehr am leben schneller aufgeradete zwerge von unten oh, seid ihr wieder heil? ja, ihr seid wieder heil und waren mal wieder hoch da so, let's go industrie, let's go treibt die waage da rein noch mehr urugs kommen aus den druben macht euch kampfbereit bewegung wir dort machen das ist ja ein gegnerisches ding macht eure waffen bereit wir greifen an ich find das in einen elben da schön der da einfach so im nichts rum läuft welcher elf läuft wo im nichts rum? da seht ihr den gar nicht da hab ich das leuchtfeuer gesetzt hab ich mach grad diesen komischen leuchtfeuerdings da weg was da neben dir steht ne ja hierbei hol ich meinen wolfgard zurück typen stärken gebäude aber ich hab extra jetzt die auto attackierung ausgeschottet bei den ballisten ok, alles auf die turm wachen feuer frei sehr gut sehr gut, levelt ihr dadurch auch ordentlich angeschlagene einheiten zu dem baum ziehen solange er noch nicht abgeholzt wurde ja, jetzt sind die level zwei jetzt wird ihn da rechnen ich brauch die eigentlich die ganze zeit hier ich kann ihn nicht der steht jetzt direkt neben deiner base deswegen hab ich ihn da genau hingepackt ja aber die reiter müssen ja trotzdem die ganze zeit in bewegung bleiben ja natürlich ich sag nur, weil du du kannst auch da dein ressourcen gebäude wieder aufbauen wenn du willst ja Achtung jan, nicht in die base schießen ja ich hab auch immer automatisch schießen ausgeschaltet bei beiden wow, okay 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 ich hab hier einen besseren dringten obwohl Theoden ist sehr teuer ich bin eigentlich nicht sterben lassen sie werden macht voll kampfbereit seilspannen zielt auf sie bei immerhin habe ich jetzt ein paar roherem die langsamen der willen das ist das lager des feindes schafft die balliste hier weg das ist halt so krass wie die einfach an young space vorbeilaufen um dann zu mir zu kommen so du bist da du bist da du bist da meine treier ich finde es schön wie die wie immer noch der elb da rumhängt und wie wie die reiter grad so langsam gelaufen sind die ganze zeit dass meine uruks sie von hinten angreifen konnten toll meine belagerungspalitzen sind nicht zu teuer um sie statt nicht zu verlieren wir ziehen in den krieg da ist der feind was sollen wir tun wir greifen an wir werden über das land herrschen auf in den tot die sauna aber das hält nicht so lange wie wulfgar lebt ne das hält tatsächlich länger sehr gut so könnt ihr das kurz überleben ohne dass ich euch gut also bei mir ist was genau geht da gerade ach der puls doll zwergis das wollte ich jetzt hören das ist das lager des feindes ich glaube ich rieche den feind nicht zurück galadriel gegen einen katapult macht keinen sinn aber galadriel gegen ein gebäude hingegen schon wenn ich später ein bisschen mehr ressourcen habe dann kann ich gerne meinen teor den einmal sterben lassen denn die regelfähigkeiten sind echt nicht gut von ihm ja, wie gesagt, das ist ich brauche auch ein paar ressourcen erst mal Also Galadriel ist ja gerade mal Level 1. Jetzt kann ich da mal ein bisschen atmen und ein bisschen gegen Angriffe starten. Das freut mich. Oh, hier kann ich mir das Expand-Nader holen. Geomir, gut. So Leute, piekst sie kaputt. Weg, weg da, weg. Nicht sterben, nicht sterben, du bist nur noch einer. Lauf! Zwerge, sorry. Scheint so, als ob sie mich jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Ja, das muss es mal gehabt bei mir. Ja, nicht nur bei dir. Bei mir ist gerade alles gut, aber auch nur, wenn ich mich darauf echt auch konzentriere. Manni! Schick mal einen von meinen Galadriel-Trupps da oben ab, damit ich mich hier unten ein bisschen verteidigt kriege. Ja, ich kann hier diesen ganzen... ...weitläufer töten. Schick die neue Rammel! Schick die neue Rammel! Schick die neue Rammel! Schick die neue Rammel! Wenn du Jan unterstützt, ist das gut. Ja, mach ich gerade. Schick die neue Rammel! Schick die neue Rammel! Nicht weilen lassen! Im Gleichschritt! Du reiten, ihr wagen! Verarbeitet an eurer Einstellung! Alle mal herhören! So, und ihr lauft jetzt mal kurz da unten, ne? Und dann geht ihr dagegen. Meine drei Uruks leben immer noch, werden schön hier... Okay, sehr gut. Oh, na klar! Klar, mach ne Geisterarmee gegen drei Pieken. Gegen drei Belagons. Das ist... Wow! Wow! Just wow! Nein, du bist zu teuer dafür! Lauf weg von dieser Geisterarmee! Lauf! Dein verdammtes Leben! Anyway, ich mach dann erstmal nichts, ne? Oh, jetzt kommen sie zu mir! Yay! Das sind eigentlich meine ganzen Holz-Sammler. Sind sie weg? Oh ja, sie sind weg. Weiter! Weiter! Uruks! Macht eure Waffen bereit! Uruks! 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 Haul and hailungsów! Mabing! Uruks! Uruks! Euar! Ich spare, da sind ich gerade so ein bisschen auf Saruman. Weil ich mir eigentlich mal Uglug angucken sollte. Und Uglug hat Heilungsfähigkeiten. Eine Heilungsfähigkeit. Ja, das ist mehr als irgendwas anderes bei den Bösen. Ja. Los, meine Bauern. Ich will den langsam Hunger. Geil, mein Vagvorposten hat das ganze Gebäude der Gegner getötet. Vagvorposten, offiziell, beste Belagerungseinheit. Das haben meine anderen Belagerungseinheiten alles nicht geschafft. Also die mit Abstand beste Belagerungseinheit heißt Galadriel. Ja, war die beste Belagerungseinheit, die ich bauen kann. Diese Adler haben einfach alle meine Bauern gerade getötet. So, liebe Balliste, knall die mal ab. Hier hätte ich jetzt auch gerne meine Sachen wieder. Ich habe keine Ahnung, wo meine ganzen Arbeiter abgeblieben sind. Also baue ich jetzt einfach ein paar. Nein. Ich wollte doch Wolfgar. Endlich, mein Zeitlager. Schafft die Balliste hier weg. Wir brauchen Platz. Noch mehr stinkende Arbeiter. Seilspannen. Noch mehr stinkende Arbeiter. Seils, Seils. Wir brauchen lang. Weit. Schneller. Weiter. Weiter. Echt. Hallo und tschüss. Fussst. Okay, lass das nicht automatisch feuern, liebe Balliste. Das ist tödlich für meine Einheiten. Dann Galadriel auch. Mh. Mach ich. Halt euch den da. Der ist fertig, Gebieter. Noch mehr Arbeiter. Lass die schuften. Keine Gefahr. Die guckt ja aus. Da. Da. Wir brauchen mehr Platz. Lass sie. Wir greifen uns an. Nicht zurückfallen. Ich krieg langsam Hunger. Wir greifen aufwachen. Noch mehr Uhr. Wir sind immer noch Level 1. Bald. Wow. Wir arbeiten an die Arbeit. Zerschmettert sie. Macht euch kampfbereit. Vorwärts. Wir greifen das Lager an. Weiter. Weiter aufwachen. Mehr Industrie. Wow, Leute, weg da. Frischlein. Nach mehr Urrux, komm auf den Lungen. Langsam Hunger. Fehlt lieber die Reiter. Das ist viel effektiver. Der Feint. Aufwachen. Macht eure Waffen bereit. Lass die schuften. Lass sie nicht entkommen. Gott, ist das anstrengend. Die zu leveln, die Trupps. Holt euch den da. Ich krieg langsam Hunger. Macht eure Waffen bereit. Wieso kommen die Adler denn schon wieder? Weil die die sehr oft beschwören können. Ja, vor allem sind das immer zweimal Adler. Macht euch kampfbereit. Lass sie nicht den Trommenden. Gondor-Spieler sind. Erster Adler tot. Zweiter Adler tot. Und gleich der Ritter Adler hinterher. Ich mag meine Bogenschützen. Saruman ist nun existent. Oder wird nun gespawnt vielmehr. Scheiß Klappold. Verreck. Ja, dann würde ich gleich mal gucken, dass ich meinen Theo denn irgendwie opfern kann. Wir gehen doch an die Front. Das sollte funktionieren. Sag mal, kannst du vielleicht neben meinem Baum dieses Heilgebäude bauen? Damit wir Doppelheilung haben an der Stelle. Bäume, 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 Bäume. Ressourcen. Mach eure Waffen bereit. Bereit machen. Okay, ich stemme an Theo denn so ein bisschen vor hier an Space. Dann kann er dann gemütlich sterben. Ich glaube, in meiner Base wird er nicht zu Tode kommen. Ich habe mir jetzt das noch Saruman gebaut. Ja, ich glaube, das ist auch kurz unterwegs. Ihr Feind, ihr Grattern! Vor allem kann der mit so einer XP-Fähigkeit mal meine Jäger leveln. Dann brauche ich die nicht immer selber leveln. Super, Level 3 ist nicht so richtig. Oh, das sind Feindliche da drin. Butch. Oder nein, nein. Das ist meine. Ja, da waren so ein paar Kompassodaten in der Mitte. Das sah so aus. Ich glaube, das ist sehr effektiv für die Heilung. Ich klicke mal meinen Speeheld darüber. Der soll nämlich sterben, damit ich seinen anderen, den anderen Speeheld wieder kriege. Aber ich befürchte, das dauert ein bisschen, bis der Tod ist. Ich glaube, ist das dein Saruman oder ist das ein feindlicher Saruman? Feindlicher Saruman. Nee, wir haben keinen Isengard-Gegner. Wir haben keinen Isengard als Gegner. Also doch deiner? Okay. Ja, es ist meiner, der hier rumsteht. Ich weiß, dass er hier rumsteht, aber er sollte... Dann solltest du ihn zu dem Theoden bringen. Ich kann nochmal so ein bisschen in deine Richtung laufen. Oh, ein kostenloser Ring. Ein kostenloser Ring. Ich rede seit fünf Minuten darüber, dass ich den Theoden irgendwie sterben lassen möchte. Ja, das habe ich mitgekriegt. Die Reaktion, oh mein Gott, oder? Ja. Deine Vorliebe für das Traum der Halblinge hat anscheinend deine Sinne vernehmt. Los, Saruman, lauf. Im Grunde ist das nicht sonderlich viel. Ich glaube, es stirbt jetzt. Ja, es stirbt jetzt. Super. Wo ist denn? Ganz toll, weil die scheiß Ritter deinem Weg waren. Super. Ich bin auch einfach unfähig. Ich bin einfach nur unfähig. Und wo ist der Ring? Genau in der gleichen Stelle wie vorher. Nur, dass er jetzt halt da weiterhin liegen wird. Oder ob die ist spawnt. Ja, ich kann auch mit Galadriel dahin laufen. Ich kann nicht weit weg. Das darf nur nicht mit ihr eine feindliche Armee laufen. Das packt sie nicht. Ja, ich lock die feindliche Armee. Das ist ein sauerer. Warum kriegt die so viel Schaden? Von den drei Beorningern, die ihr hinterherlaufen? Das ist das Ding. Aber wir haben nämlich auch alle etwas mal sauer. Auch einfach so zack, instant tot. Ja, tot. Ich habe es nicht geschafft direkt. Ich habe es nicht geschafft, die wegzuschiffen. Das ist cool. Dann soll ich mit Theo den wieder auf, damit wir ihn nicht komplett verlieren. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich das schaffe, der Ring ist nicht weg. Okay, wir nehmen uns an Wolfgard zurück. Nee, der Ring ist weg. Aber es ist vielleicht besser so. Wow. Die Dunländer haben sich aufwand geschossen. Ich höre. 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 Was mache ich hier eigentlich? Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Noch ein Gebäude. Noch ein Gebäude. Fertig. Äh. Kurz bevor Wolfgarekortiert wird natürlich. Wir greifen noch sein! Ja, aber ich mache mal eine Belagung. Ich muss hoffen mal kaputt. Ich kann eh lieber belagern mit den anderen Dingern. Lieber noch mehr. Nochmal so ein paar Schmelzöfen bauen, oder? Beteilige mich mal am Gegnerschlachten. Fliegende Zwerge, das sieht lustig aus. Es ist jetzt alles schon so riesige Armeen und ich habe einfach nichts, weil mir einfach wieder mal alles tot ist. Ist einfach nur guselig. So riesig würde ich meine Armee jetzt auch nicht nennen, meine Armee ist vor allem fragmentiert. Und ich habe gerade meine Galadriel verloren. Bisschen zu offensiv gebohrter Sägewerk. So meine Gute. So, Saruman, komm her. Und dann werde ich mal dringend Uglug rekrutieren, damit ich auch ein bisschen Heilung kriege. Du da hin. Natürlich packt der Zwerg seinen scheiß Erdbeben in meine Base. Warum auch nicht. Bringt ihm nicht mal irgendwas. Nervt mich nur. Magst du deine Einheiten nochmal wegziehen, dass ich mir das Ding holen kann? Ja. Danke. Ja. Kein Problem. Wer ist da am Sterben? Au. Geleborn, du warst teuer. Warum stirbst du? Oh. Achso, deswegen. Arbeitet an eurer Einstellung. Wo kommen die Adler? Ja. Aber jetzt habe ich Reiterbogen schützen. Keine Gefangenen. Auf eure Parfekten. Arbeit ab! An die Arbeit! Sag mal. Das kann sie dir auch nicht ausdenken, ne? Boah. So, hauen wir das Silke weg, hier auch mal weg. Da kann lieber noch ein Minenschacht hin. Jetzt baue ich da schon. Äh, es ist doch echt. Ey, wenn du jetzt stirbst, mein Freund, ich werde echt, ich werde sauer, wenn du stirbst. Du bist so ein Trottel. Eure Einstellung! Die flütert unser Lager! Money, 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 money. So, wow, mit irgendwie drei HP hat die das Ding überlebt, was? Hm. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Das Lager wird angegriffen. Kann ich nicht irgendwo sehen, wie viel HP es noch hat? Hm. Die hören auch echt nicht auf, anzugreifen. Nein. Ne. Tun sie nicht. Aber ich hab vielleicht den letzten Arsch der Ärzten, dann kann ich eine Base auf jeden Fall einreißen. Super. Und immer wenn ich gerade Einheiten habe, dann ist irgendein, irgendein, äh, Trupp, hier, Reiter da und tötet sie wieder. Sagen wir mal, komm her, wir brauchen dich jetzt noch mal dringend. Das ist ohne gedacht. So, heilig kriegt jetzt endlich mal eine vernünftige Rüstung. So soll das aussehen. Guck, glück, 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 lass dich nicht töten. Lauf, du sollst nicht sterben. Niemand widersetzt sich dem Willen Saruman. So, Saruman, dein Wille soll mal geschehen. Das wird dich nicht töten. Okay, Leute, tötet dieses Kack-Katapult. Du wärst diesen Ort nicht verlassenbereit. Deswegen bist du doch gekommen. Saruman ist so schnell. Und dann laufst du euer Leben. Da ist Gollum. Ich hab meinen Saruman. Paskai, kannst du das alleine halten? Ich muss mal meine Truppen wieder zusammeln. Ich kann das halten, ich muss nur warten, bis die Armee der Toten weg ist. Ich kann ein derartiges vorhaben. Ich schick mal meinen Saruman schon mal zu dir. Ich muss mich langsam aber sicher hier mal gegen die wachsende Zwergen bedrohung. Mal meinen Theoden wegschicken, damit er den dringend ausmacht. Galadriel. Hast du in der Tat gedacht, dass ein Hobbit sich gegen den Willen Saurons behaupten kann? Nein, Theoden, nichts, nicht, nicht. Die Welt der Menschen wird untergehen. So, komm. Los, Sauron, lauf! Willst du was, was wir danach bauen? Macht eure Waffen bereit! Mein alter Freund. Sauron hat viel von seiner früheren Stärke in der Nacken. Jetzt gehört der Ring uns! Saruman! Oh! Ich kann ein derartiges Vorhaben nicht gut heißen. Verbündete in seiner Nähe erhalten kurzfristig plus 300% Angriff plus 15% Geschwindigkeit und sind feuerresistent. Aber das ist nicht der Wahnsinnige, ne? Der vielfarbige heißt es, glaube ich, ne? Das ist Saruman, der Weiße. In Level 7 der Fähigkeit ist sehr lustig. Mein alter Freund. Blendet seine Feinde mit seinen Einflüsterungen. Dauerhaft ist er seine Kontrolle. Ja. Dauerhaft ist da ein sehr schönes Wort. Ich sehe eine riesengroße Armee aus dem Nichts erstehen. Ich vermute mal, das ist das, was du jetzt tun wirst. Nicht wahr, Jan? Du musst erst mal diversiven werden. It heißt. Ich sehe eine Zwergenarmee bei mir sein. Ja, ich auch. Also meine Zwergenarmee ist jetzt weg, aber ich sah sie auch näher kommen. Deswegen habe ich spontan beschlossen. Was? Okay, das macht Spaß. Der macht Schaden. Ach du! Entscheide dich nun! Du kannst du nicht verlieren. Ich glaube, der stückt sehr schnell. Zeig keinen Erbarmen! Du wachst es! Sie greifen uns an! Beziehungsweise kriegt er durch die rechtlichen Schaden, aber... Lasst keinen am Leben! Sollen sie nicht vor ihnen rankommen, weil er... Ja, gegen die solltest du sie nicht kämpfen lassen. Ja, der schmeißt sie immer so weit weg, dass sie kaum Schaden machen. Ja, aber der Held, der tötet dich. Ich befehle es euch! Verteidigt mich! Mein alter Freund. Die Zeit drängt. Das wäre weise, mein Freund. Drei Außenposten sind... Lauf! Aus! Fühle meine Macht! Okay, ins Lauf! Im Grunde ist das nicht sonderlich. Verhaupt nicht knapp, wie ich... Ne, kein bisschen. Das war ganz knapp, äh... Ganz äh... Ja, bei diesem beschorenen Ding von den Zwergen ist halt ein Held dabei... Und die anderen... Die anderen beiden kannst du umwerfen, aber den Held nicht. Sagen wir uns dann ein, um die seine Macht zu bereichern. Das Ausgüter Ausmuss wurde rekrutiert mit vierfachen Geschwindigkeit Einheiten. Joa... Ist das nicht so? I guess... Let's go! Industrie! 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 Warum brauchst du eigentlich immer noch die Speer an? Weil man die leveln kann. Wobei, jetzt aktuell nicht, weil ich den Ring hab, aber... Oh, das ist ein Gandalf! Ja, weil ich kann sie leveln und dann sind sie stark. Oh, das ist ein Gandalf! Oh, das ist ein Gandalf! Wenn man auch nicht belegt hat, ich seine... Durch deine Minenschächte. Ah, das war ein Gandalf! Autsch! Leute, geht euch mal heilen! Ich hab zwar den Gandalf getötet, aber der hat auch sehr effektiv... Glaubt ihr wirklich, dass dieser Waldläufer jemals auf dem Throne Gondorf sitzt? So Leute! Killt sie! Selbst jetzt! Braucht er seinen Vorteil aus! Noch mehr Urhubs kommen auf den Drogen! Hiiii! Power! So, leveln wir die alle! Oh, Ugluck! Nicht sterben! Hm. Gandalf der Weiße! Gandalf der Gnarr! Der Feind greift uns an! Aufwachen! Wir greifen an! Wagen! Mein alter Freund! Flinkbaum tritt einmal! So ein einziges Mal! Gegen den Zwergenstreitwagen! Der Zwergenstreitwagen fällt auseinander! Ui! Das war gut! Wir müssten auch alle ungefähr auf der gleichen Höhe jeweils einen Außenposten haben. Das sind doch drei, oder? Ja, ich sicher mir jetzt mal endlich einen. Oder sind das nur zwei? Ne, das sind drei, glaube ich. Oder? Ja, in der Mitte sind zwei und dann hier ganz oben, wo ich bin, ist einer. Du Mensch, lieber lass den da mir! Dein Blick durch Burt Wolken, Schatten, Erde und Flasch. Okay, Leute, ich will jetzt jetzt mal mein Sägewerk wieder haben. Die letzte Welt wird brennen in den Feuern der Schwelzöfen. Ich glaube jetzt auch den letzten Mal, der in der Karne hat Falle. Damit kann ich, glaube ich, meine Armee komplett, oder eine Base komplett einhalten. Selbst, wovon ich spreche, gegen die Macht von Mordor ist ein Sieg ausgeschlossen. Ne! Lurz ist weg! Wir haben jetzt das Kommando! Auf ihn! Huch! Lurz ist gestorben. Warum ist Lurz schon wieder gestorben? Ich krieg langsam Hunger! Ihr greift nur! Ich sterben einfach immer Leute und ich merk das nicht mal. Ich bin total gut in diesem Spiel. Dein Blick durch Burt Wolken, Schatten, Erde und Fleisch. Saruman, nicht verrecken, bitte. Hast du in der Tat gedacht, dass ein Hobbit sich gegen den Willen Saurons behaupten kann? Ich habe es gesehen. Nein! Gerade wenn ich loslaufen möchte, was ich tun möchte. Aber das weißt du. Bringt sie nieder! Eine üble Wende ist der anderen Weg. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Weil ich ziehe euch mal zur Seite hier, damit ihr euch mal nichts am Weg habt. Industrie! Wir werden über das Land herrschen! Ich krieg langsam Hunger! Sie werden uns fürchtlich befolgen! Keine Befehle von Autinaden! Die Dunländer haben sich uns angeschmassen! Wir werden über das Land herrschen! Nach mehr Uruks kommen auf die Schmerzen! Löscht sie aus! Wir troppen können ihr sich befehl'n! Die Armee der Toten beschworene jetzt noch da schließen. Nicht in der Tod! Sie ist Saruman! Die sind nicht am Fressen da! So, ich mach, dass wir was abgelöst ist, Saruman. Die ruf'n da mal da unten hin! hier alle mal so hin. Boah ey. Lassen wir jetzt wieder irgendwie Upgrades. Lutz kommt auch gleich wieder. Ich glaube jetzt wollen sie es unbedingt bei mir versuchen. Oder sie stören sich an dieser Hütte. Das kann natürlich auch sein. Das ist so klasse. So frei nach dem Motto dass es nicht in Ordnung ist, du es wagst eine Beorninger Hütte mitten im Nichtsraum. Das ist nicht okay. So, ich bin mal gegen meine einfach nur Stärke. Wir werden über das Land herrschen. Schon wieder mein Level mein Truppenlimit erreicht. Nicht gut. Okay. Klingen, Früstung, Gas, Banner und Upgrades. Mal alle Upgrades durchtacken. Oh. Aber das weißt du. Die Zeit drängt. Lass sie nicht entkommen. Lass sie. Oh. Galadriel Unleashed. Macht eure Waffen bereit. Sie werden nur mein alter Freund. Immer wieder lustig. Ich kann ein derartiges Vorhaben nicht gut aus. Saueren Streitmacht ist bereits unterwegs. Wir müssen das mit Level. Okay, also Saruman mit Trink kann einfach nicht mehr leveln. Das ist kacke. Wieso nicht? Also keine anderen Leute leveln. So, ja. Wir können nicht noch mehr Soldaten beschreiben. Die Duneländer haben sich uns angesprochen. Mehr Truppen können wir nicht befehligen. Warum können wir nicht mehr Truppen befehligen? Ich will aber mehr Truppen befehligen. Macht euch bereit. Bereit. Sie werden mag diesen Zwergenspieler nicht. Das ist schon das zweite Erdbeben, was an meine Base haut. Das war nur wirklich benutzen, ne? Ja. Gib mir keinen Schaden zu damit. Ich höre. Wir ziehen in den Krieg. Oh, nein. Galadriel, du bist zu teuer. Das machst du, das machen wir nicht. Du läufst mal schön weg. Genau. So, Leute. Wir werden über das Land herrschen. Die bilden Menschen dürfen jetzt mal Außenposten einreißen. Ja, ich versuche erst mal noch einen Außenposten einzunehmen. In der Mitte ist gerade einer frei. Was ist denn Menschen? Nein, es geht mehr um den, der mich die ganze Zeit nervt. Ich zerschmettere sie. Verlaubt euch nicht. Wir greifen uns an. Sie ziehen in den Krieg. Sie werden uns fürchten. So, Leute. Das. Der Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt und sieht alles. Dann halt Gefährlichkeit. Macht eure Waffen. Aber auch so böse. Mit Level 10 Theoden in die Gegner Base einfach reinrennen. Ich glaube nicht, dass man irgendwas dagegen machen kann. Egal, welche Französer man spielt. Die schweren Rüstungen sind fertig. Der Feind. Macht euch Kampfbereit. Neut steigt Raum auf bei dem Schicksal. So dumm. Aufwachen. Den möchte ich gerne haben, den Außenposten, Jan, ne? Ja, ich mache ihn nur kaputt. Ja, ich auch. Das gibt mir Ressourcen. Ja, bei den letzten 20 Minuten habe ich kein Bataillon mehr verloren. Reiterbogenschützen, dann voll aufgerüstete Rüchereben sind sehr, sehr stark. So, erstmal ein paar Schmelzöfen. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Aber das weißt du. Der Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt und sieht alles. Der Feind? Wo? Oh. Ist das nicht so? Warum auch immer der jetzt Dinge auf meine Base oder auf meine Armee wirft? Egal. Davon habe ich schon so viel abbekommen in diesem Match. Mein Keller? Oh, ein Stahlwerk für mich. I'll take that. Oh, das ist eine Geisterarmee. Da solltet ihr nicht stehen bleiben, Leute. Lauft um euer Leben. Oh, Schiss. Scheiße. Ja, ich glaube, das kostet mich jetzt ein Großteil meiner Armee. Mh. Fuck. Yay, geil! Ah, Scheiße. Was ist denn Schatz? Upgrades, Upgrades, Upgrades. Und Upgrades. Aber das weißt du. Bist du dir da sicher? Also, wenn irgendjemand Geld braucht, sagt keiner Bescheid. Du hast mir mit dem Töten von Zwergen schon einen sehr guten Dienst erwiesen. Ich brauche tote Zwerge, und zwar viele davon. Ich habe am besten was geschickt. Wem? Jan. Ja. Äh, äh... Ich kann keine Einheiten mehr rekrutieren. Ich habe alle Upgrades, die ich haben kann. Falls ich Einheiten verliere, werden sie sofort neu, also, zurückgespawnt von meinem Heerlagern. Und Theoden gibt mir, äh, nicht Theoden, Eomer gibt mir ein Gold für getötete Einheiten. Ja, ich sehe das, äh, Problem, Fragezeichen. Äh, wenn du in der Mitte bleibst, ein paar Zwerge killen möchtest, Pascal, dann. Äh, wäre das in meinem Sinne. Ich bin gerade dabei. Gut. Ich habe durch die Geisterarmee fast meine komplette Armee verloren und versuchte, sie wieder aufzubauen. Ja, da sind halt ein paar vollaufgerüstete Schwerträger dabei. Aber ich kann meine Reiterbogen-Schützen dazu hören. So, jetzt spawnen wir überall Stahlpfeile, dann müsstest du das so richtig abgehen. Ich habe gerade voll aufgerüstete Zwergen-Argen-Garde oder was auch immer, das du one-shottest. Nee. Nun, haut mal drauf auf die scheiß Zwerge. So, wo bleibt meine Galadriel? Macht euch Kampfbereit! Wir haben viel zu tun. Oh, ein Katapult. Geh weg. Geh weg, Katapult. Aufwachen! Urrux, macht eure Waffen bereit! Ruhe jetzt! Wir greifen an! Bald! Ich krieg langsam Hunger! Urux, aufwachen! Macht euch Kampfbereit! Eiterbogen-Schützen wirken auch sehr stark gegen Zwerge. Macht euch Kampfbereit! Streitwegen eigentlich bauen dagegen. Ich krieg langsam Hunger! Ich krieg langsam Hunger! Da ist schon Level 4 der Trop, das ist doch schon ganz gut. Ich glaube, ich rieche den Feind. Da ist ihr Lager! Oh. So, ein Blick durch Bordroll. Antreff. Schau, sie greifen uns an! Macht euch bereit! Sie werden uns fürchten! Macht euch bereit! Wir werden über das Land herrschen! Sie werden uns fürchten! Rauf in den Tor! Ich beschwere jetzt einfach Elben auf. Ach, das ist mir egal. Erobert euer Land zurück! Oh, das ist sicher voll gelohnt. Rauf in den Tor! Wir feiern! Wir feiern! Wir treten! Verlauft euch nicht! Vorrücken! Wollen wir diesen blöden Gondor-Spieler zerlegen? Ich wäre sowas von dabei. Er geht mir so offen die Nerven mit seiner blöden Geisterarmee. Ich bin zwar leider Galadriel-los gerade, weil die leider nicht wiederbelebbar ist aktuell, aber... Ja, ich habe meine Theoden-10er-Fähigkeit. Ich kann ja... ...töken. ist es nicht so meine unverwundbaren diese ganzen rohirem sind basically unverwundbar können einfach rein reiten und alles zerstören gleich mal ausrüsten mit rüstung und go so ein führerschaftsboni weg wir werden über das land herrschen jetzt einfach angriff auf alles können wir den zwerg auch direkt töten der hat jetzt das dritte erdbeben in meine base gesetzt ja klar können wir den auch direkt töten ich finde es schön wie meine arbeiter durch deine base rennen da holz zu hacken dieses sägewerk was du beschwören kannst das sorgt auch dafür dass andere rohstoffgebäude in der nähe weniger rohstoffe bekommen ah soll ich das nicht unbedingt neben deine setzen ich meine ich habe jetzt genug geld aber ich weiß nicht wie hoch die reichweite ist also in was für einem umkreis sie das reduzieren macht euch bereit klingen die welt der menschen wird untergehen ich habe es gesehen ich will einfach mal wenigstens die fähigkeit einsetzen ok die ist weniger stark als ich erwartet hätte das ist die 10er fähigkeit von Saruman oder nein das war die 5er fähigkeit ja ich glaube die ist nur gut gegen einheiten die werden nicht sie werden nicht ich versuchte aber mal alleine sind ich denke es kaputt zu machen tut allen feinden ja die sind 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 das spiel weiß gar nicht was das tun soll bei all den bei all einem input ich habe es nicht mal geschafft eine einzige level 10 fähigkeit auszubilden zu bilden alles jetzt außer galadriel jetzt ist sie wieder da, wow ja, ab dem punkt, an dem ich drei voll aufgerüstete rohirim hatte, war das spiel eigentlich vorbei zumindest auf meiner seite, konnte ich alles damit töten die bauern haben gereicht, um die letzten piekeniere zu töten und dann irgendwann Reiterbogen schützen, um alles zu töten Alter, dieser Fluch, dieser dieser Macht an Projektilen die auf diese ganzen Sachen grad niedergeht Oh, Bäume! Nein! Dein Heil- Dein Heilungsbaum wird eh nicht gefällt dadurch Ja, aber der wird glaub ich schwächer, sobald der Wald weg ist um ihn rum Huiiii Gewonnen Hui, ich sehe sogar mal die coole Fahne Ein Asynchron Na? Jetzt kann ich Statistiken sehen Einheiten finde ich wieder Was mache ich eigentlich mit meinen Einheiten richtig, dass mein Einheitengraf eigentlich immer mit der höchste ist? Also Wahrscheinlich am Ende einfach weniger verlieren Ich sehe keine Statistiken Es dauert vielleicht noch ein paar Sekunden Hm Ja, wirklich so Es ist immer sehr lustig Es ist immer ab einem gewissen Punkt einfach eine gerade Linie Ja Bis dann mal ab und zu was stirbt Bei einer Armee der Toten und dann geht's einfach wieder hoch und Da verändert sich nichts Ja, klar Ja Ja Ich fand die Rohstoffe bei mir auch schön Was ist so einmal wupps 27.000 reicher Oh ja Und bei mir direkt auf null Aber die Geisterarmee sieht man Ich hab nur 8,48 und nicht mehr Was war das neulich, Jan? 27, irgendwas Bei Verhältnis besiegter zu gefallener Einheiten Ja Ja Die Geisterarmee ist halt böse Ja Also wenn dieses Verhältnis besiegter gefallene Einheiten auf äh Komplette Trupps gerechnet werden würde Dann würde es bei mir wahrscheinlich deutlich besser Obwohl ich hab sehr viele Bauern am Anfang verloren Aber so ab der Hälfte des Spiels hab ich keine Kompletten Trupps mehr verloren Ne, es wird auch nicht auf komplette Trupps gerechnet Sonst würde das bei mir auch anders aussehen Ich hab keine 140 Einheiten verloren Ich hab vielleicht Vier Trupps, fünf Trupps verloren, sechs Trupps verloren Aber mehr auch nicht Ich hab einfach fast 4000 Einheiten getötet Ah Ich hab beide so extrem gute Verhältnisse Und bei mir ist einfach immer nur alles gestorben Okay, aber du hast auch Dune-Länder hauptsächlich gebaut Und, äh, Uruk-Spea Die halten halt nicht viel aus Ja, das Ding ist... Ja, dein höheres Einkommen pro Minute als Pascal Das find ich sehr gut Ja, viel Einkommen... Als ich mir erstmal mein Stahlwerk geholt hab Stahlwerke bringen ja richtig Einkommen Ja Ja, ich glaub ich hatte einfach am Ende so viel Geld Weil ich nichts mehr ausgeben konnte Ja gut, das ist... Und ich hab auch meine Armee nicht selber gebaut Und nicht selber geupgradet Das kam fast alles aus diesem Heerlager Das ich einmal beschworen hab Das spuckt halt einfach alle paar... Ich kann auch noch einmal pro Minute oder so Eine voll aufgerüstete, ruhige Einheit aus Ich glaub sogar mehr als einmal die Minute Das ist... Sehr schnell Yay Ich hab wieder mal festgestellt, dass ich echt nicht gut mit Micro bin Was? Gut, ihr geht schlafen? Ja Wieder mal ein harter Kampf Wieder mal hab ich bewiesen, dass ich absolut unfähig mit Micro und sowas bin Aber... Hey, wir haben trotzdem gewonnen Pascal hat uns mal wieder gecarried Also... Hoffe ich, es hat euch gefallen Und ansonsten wünsch ich euch noch einen wunderschönen Tag Ihr wisst, wie man YouTube benutzt Und... Bis zum nächsten Mal Tschüss!